Hallo und willkommen beim Klingenfürsten, den zweiten Boss in H4 auf dem Schwierigkeitsgrad heroisch. Wir verwenden wieder 3x Heal und 2x Tanks, einfach deshalb, weil der Enrage sich auch mit weniger Ds leicht ausgeht und mit 3x Heal ist das ganze einfach sicherer und man schafft es schneller den Boss zu bezwingen. Wie ihr seht verteilen wir uns gleich am Anfang ein bisschen. Es wird direkt beim Pool Kampfrausch gezogen, da wir hier alle Cooldowns bereit haben und was hier ganz wichtig ist, ist folgendes und zwar wird während des gesamten Kampfes immer wieder ein Range anvisiert und dorthin startet dann ein Wirbelsturm und daher ist es wichtig, dass sich kein Spieler in der Zielrichtung des Bosses befindet, da er sonst damit den Weg blockiert. Wie ihr hier seht ist gerade der erste Wirbelsturm weggegangen, daher stellt euch schön an die Seiten, damit die Wirbelstürme dort abgelegt werden und man den Boss somit problemlos erreichen und auch ziehen kann. Des Weiteren solltet ihr mindestens 8 Meter Abstand zueinander halten, einfach darum, damit der Deeper Feucht nicht erwischt und was ihr hier nun seht, dieser sogenannte Windlauf, das kommt auch immer wieder während des Kampfes und zwar wird hier ein zufälliger Spieler vom Boss markiert mit so einem großen Pfeil über dem Charakter und dann habt ihr ein paar Sekunden Zeit, um euch bei diesem Spieler zu sammeln, da der Schaden dann aufgeteilt wird. Hierbei ist es ganz wichtig, dass der Spieler, welcher markiert wird, sollte sich nach Möglichkeit nicht bewegen, damit man die Richtung sieht, von welcher der Boss anstürmt und man somit weiß, ob man ausweichen muss oder nicht. Hier seht ihr nun eine HC Fähigkeit des Bosses, das ist dieser Wirbelsturm und zwar müsst ihr hier einfach nur immer nach außen laufen, damit ihr nicht davon getroffen werdet. Das ist der Wirbelsturm, zieht euch laufend zurück und daher müsst ihr ständig in Bewegung bleiben, denn ansonsten stirbt ihr einfach. Wie ihr seht, wird es hier langsam voll mit Wirbelstürmen, daher werden wir den Boss dann gleich weiterziehen und was ihr nun gesehen haben, die Diszi Bubble, das ist ein sehr guter Weight Cooldown, also wir switchen hier die Cooldowns, wenn der Ansturm kommt, damit hier keiner zufällig wegstürmt. Besonders kritisch ist es bei dem Spieler, welcher auch den Wind-Debuff hat, da seht ihr dann, wenn der Spieler angestürmt wird, erhält er ja 30 Sekunden einen Debuff, der für 100.000 und mehr tickt und damit der Spieler eben dann nicht stirbt, wenn wir zusammen laufen, ist es ganz gut, wenn dieser einen eigenen CD nimmt oder im Notfall auch einen Gesundheitsstand, damit er auch wirklich auf 100% ist. Okay, nun ziehen wir den Boss etwas weiter, wir haben uns entschlossen diesen nach rechts unten zu ziehen, da dann für die letzte Phase, also ab 20% ist es egal wo er steht, da verschwinden alle Wirbelstürme und er fliegt auf die gegenüberliegende Seite und ihr werdet auf die andere Seite zurückgetragen und müsst dann durch den Wirbeln durchlaufen, aber dazu später mehr. Ansonsten ist in der ersten Phase nichts mehr zu beachten, also ich fasse nochmal kurz zusammen. Die Tanks spotten sich bei zwei Debuffs ab, der Raid muss verteilt stehen, damit die Wirbelstürme nicht mehrere Spieler treffen und diese auch nicht in Laufrichtung abgelegt werden und wenn ein Spieler ein rotes Mark bekommt, dann muss sich der Raid bei diesem Spieler sammeln, dass sich der Schaden dann aufteilt. Untertitelung abone ZDF, ''Ja, los nehm cafas ŁDR'' Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, wir haben hier nun die letzten Prozent und das letzte Mal anstürmen, bevor wir in die nächste Phase kommen. Und dann nutzen wir den Druidensprint, um schneller selbst zum Boss zu kommen. Aber ihr müsst hier ganz genau aufpassen, also es dürfen Spieler, die zum Beispiel einen Inchi-Gürtel haben, nicht zu weit vorsprinten, dass sie ansonsten nicht mehr in Heel-Range sind. Und wenn das passiert, sterben sie natürlich einfach. So, und nun geht das gleich los. Wie ihr seht, werden wir alle zur Mitte gezogen vom Boss. Ihr könnt hier natürlich nicht ausweichen. Und wir werden komplett ans andere Ende des Ganges zurückgeworfen. Ihr leidet jetzt schon Schaden. Und jetzt sind wir alle relativ low und müssen halt durch die Wirbelstürme auf die andere Seite gelangen zum Boss. Der Boss hat noch 20%. Und sobald ihr 10% verloren habt, also nur mehr 10% verfügt, als über die letzten 10% verfügt, dann fliegt er auf die andere Seite. Und ihr müsst dann noch einmal durch alle Wirbelstürme durchlaufen, um ihm dann den Rest zu geben. Sobald ihr dann auf der Seite direkt beim Boss steht, müsst ihr schauen, dass ihr den Wage schnellstmöglich wieder hochhält. Und hier sind natürlich Hybridklassen relativ gut, da die nun einen CD anmachen können, da es ohnehin konstanten Wage-Schaden gibt. Und jetzt verliert gleich der Boss, droppt der Boss gleich auf 10% und ist natürlich jetzt auf der anderen Seite. Also ihr könnt hier am Anfang noch ein bisschen Speed mitnehmen, aber die Wirbel drehen sich dann um und da müsst ihr natürlich aufpassen, dass diese euch nicht erwischen. Falls jemand wirklich in einem Wirbel gerät, könnt ihr diesen von dem Priester rausgrippen. So und nun die letzten Prozent des Bosses, ihr könnt hier müsst ein bisschen aufpassen, dass wenn der Boss in den Enrich geht, dann wird der ganz rot und der Wirbelsturm selbst wird auch rot in der Macht. Und der One-Hittert praktisch die Leute. Also wenn ihr hier die Meldung bekommt, ihr geht in den Enrich dann noch schnell einen Eisblock oder sonstiges usen, dann könnt ihr noch ein paar Sekunden gewinnen und die Dots sticken den Boss dann tot.